Wir sind in den A's. Servus. Okay. Oh was ist das? Ey, den kenn ich gar nicht. Gut, aber ey, wir haben etwas über ein Jahr nicht gespielt. Ja. Das geht schnell. Das ist die Sherkard Arena. Nein, Minky, nein. Aua! Ja, schmeiß sie runter jetzt! So, hey. Oh, guck mal, zwei Druiden. Wie schön. Das wird, äh, ja, wahrscheinlich. Sag mal welchen. Ich glaube ich geh mal in, in, in Sefastolenheit. Ja, dann sterb ich als erstes. Alter, was ist das hier? Aaaaach, guck mal, die haben sie einfach ein bisschen umgebaut. Das ist die alte Sherkard Arena. Das kann ich dir jetzt auch noch nicht sagen. Jetzt könnt ihr mal ne Flacke, äh, ne Flacke, oder so schmeißen. Flacke? Ich krieg schon. Ja. Oh. Oh, ich bin fast tot. Versteh nicht. Versteh ich auch nicht. Und ich bin tot. Echt? Mhm. Ich hab noch ein paar Minuten. Naja, Cheetah Franzosen, was willst du denn machen? Rosanguino? Da sind doch hier Portugiesen, ne? Jo, lief ja schon mal gar nicht so schlecht. Alter. Da endet das erste Mensch seit anderthalb Jahren oder so, ne? Und voll verkackt. Ey, naja, Droiden, weißt du. Muss dir keinen Kopf machen. Droiden, da ist doch, weißt du, ein Knopf und den muss man nicht mehr selber drücken, der drückt sich von selbst. Schon wieder ein Dro... Schon wieder tot. Vor allem eine Heiledroide ist auch noch mit bei. Ja, meine ich. Oh Gott, ey. Und ein Todesritter, der kann sich auch selber heilen. Ich sag mal, Heiler im 2 gegen 2 ist so erbärmlich, so lächerlich. Könnt mich eigentlich aufregen. Ich merk grad, wie, äh, wirklich die Hassobe in mir hochkocht, ne? Weil ich mir denke, was für... Wie verkackt, dumm, abschaumäßig schlecht muss man sein. Also noch schlechter als wir, um mit einem Heiler hier reinzukommen. Als Todesritter, ja. Naja, die wollen halt auf Nummer sicher gehen, ne? Farben sich halt ihre Siege zusammen. Stealth, ne? Naja, spare ich mir. Hoch, runter. Die sind schon oben. Der Dicker ist ja schon hier. Aber ich will noch nicht alles rausballern. Ich will nämlich erst den Druiden sehen. Da ist er. Nimm den. Wo ist er denn? Da. Keine Ahnung. Ja. Du, ich bin gleich tot. Getäubt. Ich bin schon wieder gleich tot. Was ist das für ne Kacke hier? Ich bin auch dauer betäubt. Ich weiß nicht, was der hier von mir will. Okay, das war's. Glaube ich. Ich bin tot. Ja, ich bin nicht tot. Ja, ich bin nicht tot. Das wird nix. Ist das abfuckmäßig, ey. Dann wird das so auf die Fresse halten. Oh Gott, wie kalt, ey. Pff... Oh Gott, ey, das tut so weh im Kopf. Ah, früher war das schön. Ey, du hast das jetzt aber auch mit deinem früher, ne? Oh Gott, weil ich das vermisse. Ich fange mal an der Tepezzo wieder hier. Oh, Klassiker. Hier haben sie doch noch nicht rumgefuchtelt, oder? Ne. Oh. Oh, das ist ein Klassiker, das ist ein Pandaria-Inni, diese Uhr alt. Die Ruinen von Lordaeron, das sind die besten, ne? Rauslaufen, nur so ein Grab in der Mitte und dann ist es schon gleich wieder vorbei. Was haben wir denn hier? Jäcker und Magier? Was nehmen wir zuerst? Ich würde den Magier nehmen. Wenn er zu sehen ist, ansonsten aufmaunten. Aufmaunten? Ja, gleich vorpreschen hier. Okay, Magier ist nicht zu sehen, müssen wir den Jäger nehmen. Okay, er ist offen. Ja, ich gesehen. Ah. Ich bin gleich tot. Tja, was ist los hier? Ja, mal gerne, die sind auch voll ob. Jo, ich bin tot. Ich raste gleich aus. Ich geh mal raus hier. Ja, komm, geh raus. Schaffst du nicht mehr? Ich komm gar nicht raus. Ich komm gar nicht raus. Ja, du Ausländer hier! Oh, Mann, ey, ich weiß auch nicht. Ich meine, es ist klar, wenn man eine Weile keinen PvP macht, obwohl du ja regelmäßig... Ja, aber trotzdem komm, ey, das ist doch nicht normal. Ich will doch was sagen, wenn du mir dazwischen quatschst, dann kann ich auch nicht sagen. Ja, aber nicht jetzt. Ich dachte erst, wir kommen schon wieder an eine neue hier. Ich wollte eigentlich sagen, vielleicht sind wir ein bisschen eingerostet, aber... Aber nicht so. Zumal wir ja eigentlich, sagen wir mal, regelmäßig eigentlich PvP machen wir, ne? Und das ist zwar in der Arena ein bisschen was anderes, aber verwandeln. Achso, ja, danke. Pad holen, aufmauern. Das ist auch blöd, dass man jedes Mal das machen muss. Ja, die Sachen werden halt alle zurückgesetzt. Das sieht jetzt ein bisschen aus wie der Eingang. Weißt du noch von dieser einen, äh, Wakatiki-Inni hier von, äh, nicht Inni. Wakatiki, wie hieß denn das hier? Äh, Wildstar. Das ist der erste PvP, was wir gemacht haben. Ah ja, stimmt. So. Ja, lass mal den Jäger machen, oder? Ja. Oder vielleicht doch eher einen Krieger? Sag an. Ähm, lass uns einen Krieger machen. Ich bin tot. Ich will das nicht mehr. Ich krieg gleich ein... Ja, ich bin auch gleich tot. Mach dir nichts draus. Ich raste aus, echt. Das ist nicht normal. Wir hatten noch keine Deutschen. Ich meine, jetzt könnte man sagen, was für ein Cheater. Aber er hat über 5000 Leben. Ja, normal ist das nicht. Ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen vorsichtig mit meinen Äußerungen jetzt hier. Weil ich will jetzt nicht sagen, oh, guck mal, ja, die Ausländer, die hauen ja alle weg hier nur. Aber vielleicht sind wir einfach auch zu eingerostet. Aber das glaube ich nicht mal, weil, äh, so wie der gerade losgelegt hat, hat er nicht... Wie soll ich sagen? Äh, ich hab nicht mal 3 Sekunden gelebt. Hm. Ich hab 5 Sekunden gelebt. Alter. Naja, das war schon heftig, aber gut. Krieger sind voll übertrieben. Ja, aber so werden wir nie gewinnen. Das ist doch bescheuert. Nö, werden wir wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich müssen wir dafür, also keine Arbeit haben, um wirklich ordentlich zu zocken und den ganzen Kram zusammen zu sammeln. Aber, weißt du, ich weigere mich ja da auch, weil, weißt du, jetzt gerade wo draußen öfter mal die Sonne scheint, ey, da hacke ich doch nicht ganz hin in der Bude und daddel hier rum, nur um so irgendeinen scheiß Kackgegenstand zu sammeln. Weil da muss man Prioritäten setzen, ne? Aber, ich weiß nicht, ich find's auch gerade echt schräg, also. Das ist mir der selbe Scheiße. Ich sag mal, wir machen noch zwei. Und dann... Ja, und dann Schluss damit. Und dann ein Forum schreiben. Sehr geehrte, äh, besitzt. Ja, du Arschloch. Sie ver... Äftel... Kack, Äffel. So, Krieger und Todesritter. Hey, das ist gut. Hm. Wir nehmen mal den Kollegen mit dem wenigsten Leben. Ja, ja, was soll ich denn sagen? Hör mal auf, sie lachen mir. Echte. Konzentration. Ja, ja, ja. Äh, der Krieger. Ah, sind ja wenigstens nur Russen. Ach, nur Russen. Und hinter die Seile, ganz schön. Ist der... Ja, hier. Ich bin weg, weg. Scheiße. Ich bin weg. Ach, ich auch. Geiss. Höhöhöhöh. Ey, zu geil. Echt zu geil. Der Knaller. Höhöhöh. Ich weiß nicht, wie die das berechnen, aber offensichtlich kannst du mit Mörder-Equip über 900 alle Gegenstände, ne? Kannst du gegen welche 800 irgendwas antreten hier, die wegprügeln. Weißt du mir nicht ganz... Weißt du doch, sonst, wenn wir neue Saison war und wir haben mit 0 angefangen, dann haben wir normalerweise Gegner gehabt, die ja auch eher einfach waren, ne? Ja. Mal haben wir gewonnen, mal die gewonnen. So war es eigentlich immer Standard. Bis zum bestimmten Punkt, so bis Wertung 800, 1000 ungefähr, ne? Dann wurde es dann noch ein bisschen kniffliger. Jetzt hast du nur noch Cheater da, echt, ne? Sag das mal nicht. Das ist so, wie, wie nicht? Lisa hat toleriert das doch. Ey, du musst mal überlegen, du kannst dich jeden als Cheater bezeichnen, nur weil die hier rein können mit Mord-Equip. Ja, komm jetzt, Moritz. Ähm, ne? Ja. Du quatsch wie ein Kram, ey. Ja. Boah. Ey, sag du mir einmal noch, dass die cheaten, ey. Hey, kannst du... Jeder zweite... Jeder zweite... Oh, halt deinen Maul! Nein, kann ich nicht, ich bin sauer. Ja, wir... Ich bin enttäuscht. Ja, aber... Mach doch mal... Hier oben, hier. Ja, was, bist du menstruiert? Frustriert. Ich meine, dann kannst du ja nicht sagen, dass jeder cheatet, nur weil die, sagen wir mal schon, 940er komplett tragen, Minimum, ja, und dann gegen uns antreten dürfen. Dann ist doch klar, dass die stärker sind. Das ist ja keine Cheater. Dann haben wir einfach nur Glück, weil irgendwie hier, äh, Frau Blizzard irgendwie das so halt zulässt. Was willst du denn da machen? Wieso Frau Blizzard? Wieso Frau Blizzard? Können wir S-Blizzard sagen, oder so. Ist doch vollkommen egal. Ja. Sowas, ey. Das ist doch nicht nur... Ja, offensichtlich ist es so. Ich meine, es ist natürlich blöd, ich weiß nicht, wo dann der Reiz sein soll, für Leute, ähm, zu spielen. Also ich meine, ich denke mir jetzt auch... Weißt du, wenn ich schon sehe, ich sehe so einen Krieger und so einen Todesritter, denke ich mir, was für eine verkackte Kombo. Aber ich meine, okay, du kannst deinen Leuten nicht vorschreiben, wie sie da reinzugehen haben, ne? Leider. Obwohl ich ehrlich sage, ich würde... Nein, aber... Früher war es auch nicht immer einfach, also das muss man machen. Ja, aber es ging ja noch. Es war zu scharfen. Na, jetzt wird es auch scheiße. Ich glaube, den Priester würden wir auch nicht wegkriegen. Aber lass uns mal auf den gehen. Äh, ich... Obwohl... Was? Wenn wir ausreichend Schaden auf den Jäger machen, kriegt der Priester es vielleicht auch nicht geheilt. Sag was, schnell. Was willst du machen? Jäger. Aber wenn wir merken, dass er geheilt wird, dann... Der wird auf jeden Fall geheilt. Aber wieso warten die denn? Die warten, doch. Ich bin gleich... Ich... Muss ein bisschen mehr Schaden machen, sonst schau ich das nicht. Ich bin gleich tot. Doch, man muss natürlich auch mal sowas wie eine Falle oder so ein... Ich hab keine Fallen. Woher soll ich den Fallen nehmen? Jetzt hab ich ihn ja schon eingefroren. Jetzt müssen wir aber hier... Ich bin tot, wollte ich sagen. Ich bin tot. Das beschissenste Arena-Geballer überhaupt. Gehst du noch raus da, oder? Ich bin da raus. Also. Komm, einen machen wir doch. Damit man sich richtig aufregt und die Galle explodiert. Keine Albträume, oder? Du kriegst doch keine Albträume. Du brauchst halt nur... Oh, guck mal, die ist auch neu. Also neu, relativ, aber... Ja, das ist die Arena, wo wir letztendlich waren. Das kann gut sein, ja, wo sind die Eingang hier? Das war noch. Oh, uns glaube ich. Nee, ja, wo wäre ich andersrum angezeigt? Nee, hier. Hier. Glaube ich. Okay, da. Ich denke, das ist hier, ja. Ja, verwandeln und alles? Bitte nochmal, Ritz. Ich denke, 15. Zeit. Äh, äh, du, du oder Krieger? Hört mir aus dem Wurst. Oh, da sind die Pizze. Oh, was ist das für ein Scheiß? Oder doch, ne? Ach, ihr. Oder bloß irgendwie von dem Krieger weg? Er ist gleich dort. Huuuup! Aber ich auch gleich. Zum Abschluss gewinnen, bitte. Zum Abschluss. Ja, das wird. Ich habe keinen Kopf da. Buff! Digga! Wuuuuh! Oh, hier gibt's die Quest, was das sind. Oh, äh, ja. Aber guck mal, wie viel leben die haben. Äh, wer? Weide. Digga! Und, siehst du? Und jetzt pass mal auf. Wie viel leben die, also wie wenig leben die haben, aber wie lange es gedauert hat, bis die weg waren. Ja, ja. Was gab's denn für einen Umhang? Irgendeine schrabbelige Kiste. Ach, peinlich. Ich weiß, ich kann dir nicht genau sagen, woran das liegt. Ich habe irgendeine Quest hier. Ja, ich habe auch einen, so einen Umhang. Ach so, du kannst ihn einäschern, äh, in Dalaran, in der Schmiede. Oh, 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 oh. Und dann kriegst du, glaube ich, so Obliterum und kannst dann irgendwas aufwerten oder so, ne? Ähm. Ja. Fazit ist, ähm, liegt an uns, ganz klar. Ja, klar. Blödsat hat damit nichts zu tun. Nein. Und wir sind einfach Sucker, kack Versager, die nichts schaffen. Ich finde, wieso kann ich das Spiel löschen? Nein, ich lösche das nicht. Ich lösche das jetzt. Tschöö. Während des Aufnimmens. Tschüss, Leute. Tschöö. Ne, keine Ahnung. Äh, wir können, wir müssen das mal häufiger spielen, das mal ein bisschen beobachten. Äh, aber jetzt für, für Anfänger, dafür, dass wir noch gar keine Runde gespielt hatten, ja? Äh. Warum grinst du denn schon wieder so? Für Anfänger, jetzt in dieser Saison. Nicht gleich mal loslachen und nicht auslabern lassen, ne? Also, danke fürs Zuschauen, hinterlasst ein Abo oder deabonniert. Äh, viel Spaß noch beim Zocken. Ähm. Ich geh morgen zum Arbeitsamt und... Weil's ne Ich-AG an, hier. Ne, haut rein. Äh, viel Spaß noch und, äh, hoffentlich kommt ihr mal in die Arena, dann kann ich auch ein bisschen zu anspucken, ne? Also, bis denn dann. Tschüss. Tschüss.